Willkommen zum Loadout of the Week. Wir befinden uns in der Two Bridges League und zwischen den Global Events herrscht gerade eine Downtime. Für die Speedruns der League eignet sich natürlich wie immer Striker und es gab ja auch schon ein Loadout of the Week dem Eclipse-Set gewidmet, was auch sehr gut für Hard und Challenging funktioniert. Und wenn wir uns für das Striker-Set mal dieses konstruierte Szenario ansehen, dann gibt es Momente, wo die Mobs einfach zu schwach sind oder nicht genug in der Anzahl, sodass man keine Stacks anständig aufgebaut bekommt. In diesem Fall sind natürlich Sets, die nicht auf Stacks angewiesen sind, stärker. Wenn wir bei diesem konstruierten Beispiel nämlich Dilemma wählen mit Spotter, was den Schaden sofort zur Verfügung stellt, ebenso Vigilance, dann wird es in diesem Fall selbst Striker im Single-Target-Damage outperformen. Ich rede an dieser Stelle absichtlich von einem konstruierten Beispiel, denn wie oft ist man schon auf Normal oder Hard unterwegs? Auf Challenging sollte man in der Regel genug Stacks mit Striker aufbauen können. Auf Heroik auf jeden Fall. Und nichtsdestotrotz, die League Speedruns sind auf Hard und auf Challenging. Also hierfür bietet es sich an. Kommen wir an dieser Stelle erstmal auf den Dilemma-Set-Bonus zu sprechen. Das Set versorgt uns mit sehr guten Crit-Stats und wenn ein Gegner von einem Critical-Hit getroffen wird, so ist dieser markiert. Wenn wir nun weitere Gegner abschießen und diese auch markieren, so wird auf den übrigen Gegnern 60% Schaden kopiert. Dieser kopierte Schaden ist übrigens das perfekte Visual von multiplikativen Damage. Zusätzlich erhalten wir 2% Critical-Hit-Damage nach jedem Kill, das stackt bis zu 20 Mal hoch. Diese 20 Stacks werden allerdings selten erreicht und permanent gehalten, da man oft genug aus dem Kampf kommt und dementsprechend würde ich das rechnerisch vernachlässigen. Damit man den Dilemma-Damage auch wirklich ausreizen kann, sollte man nicht den Fehler machen, es wie Heartbreaker oder Striker zu spielen. Das Set ist nicht darauf ausgelegt, dass man einen Gegner nach dem anderen abschießt, sondern dass man bis zu 3 oder 5 Gegner abschießt und dann mit Copy-Damage den maximalen Schaden fährt. Das ist übrigens eine nette Abwechslung in der Spielweise. Und ich muss sagen, ich mag das Gameplay von dem Set sehr. Ich spiele es allerdings nur noch selten, weil es eben dermaßen outperformed wird von Striker und Heartbreaker. Bevor es nun aber mit den Details des Loadouts weitergeht, ihr mögt es erahnen. Ihr seid diejenigen, die diesen Content und auch meine Streams ermöglichen. Insbesondere diesen März habe ich mir vorgenommen, meinen Stream-PC abzugraden, weil er mit dem Workload nicht mehr so richtig klarkam. Und was soll ich sagen, euer Support war phänomenal. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Das Stream-PC-Upgrade ist unterwegs und mit etwas Glück kann ich bereits das nächste Loadout of the Week mit dem neuen Stream-PC vorbereiten. Okay, nun aber zurück zum Dilemma-Set. Damit wir mit dem Set loslegen können, brauchen wir natürlich wie bei jedem Set-Teil vier Teile. Sollten wir wirklich den maximalen Wert darauf legen, dass der Schaden sofort abrufbar ist, so verwenden wir auf der Brust Spotter. Dazu müssen wir im Techniker sein und auch den Linked Laserpointer auf die Waffe packen. Für Waffen wie die Police M4 bietet es sich an dieser Stelle sogar dann an, Flatline auf die Waffe zu rekalibrieren. Denn bei der Police M4 ist es in etwa gleichauf mit Fast Hands. Bei langsameren Waffen geht Flatline stärker hervor. Das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass schnellere Waffen wie beispielsweise die Vector mehr von Fast Hands profitieren als von Flatline. Überlegt euch an dieser Stelle also gut, ob ihr wirklich Fast Hands wegpacken wollt, denn ihr müsst dann tatsächlich sehr oft reloaden, während ihr keinen Gegner für euch habt, um dann noch Damage-Technik zu profitieren. Abschließend verwenden wir Vigilance, denn auch das sorgt für 25% multiplikativen Damage, der sofort abrufbar ist. Glücklicherweise ist Spotter Amplified Damage, das heißt Vigilance ist der einzige Total Weapon Damage und dementsprechend auch zu 100% multiplikativ. Das Set ist übrigens sehr anfängerfreundlich, was die Crit Stats angeht. In vielen Fällen bietet sich nach wie vor Cheska und Grupo an, aber gerade wenn ihr auf SMG sitzt, könnt ihr wahrscheinlich Cheska weglassen. Im Endeffekt ist es wie bei jedem Loadout. Schaut auf eure Crit Stats, bringt es in die Nähe von 60% und danach maximiert den Critical Hit Damage. An der Stelle auch nochmal erwähnt, 5% Crit Chance sind die besten Mods, die man auf seine Waffen packen kann. Lediglich beim Under Barrel macht man schon mal Ausnahmen für den Linked Laser Pointer oder den Tactical Short Grip, falls man in Firewall ist. Als Faustregel kann man sich allerdings merken, 1% Crit Chance ist in etwa gleichwertig mit 2% Critical Hit Damage. Zumindest was die Attributverteilung auf den Items angeht. Vom Damage her profitiert ihr meistens mehr von Critical Hit Chance, bis sie in der Nähe von Cap ist, denn Critical Hit Damage lässt sich oft sehr hoch steigern. Ich persönlich bin allerdings der Auffassung, dass wir in jedem Kampf meistens 20 Crits oder mehr landen. Deswegen ist meine Empfehlung für dieses Loadout tatsächlich eher Obliterate mit 25% Total Weapon Damage und Memento für den extremen Boost der Survivability. Wenn ihr euch an dieser Stelle aber mehr auf den Set Bonus auslegen wollt, so könnt ihr auf der Brust die Markierungen von 3 auf 5 erhöhen und somit auf 4 Gegnern kopierten Damage fahren und auf dem Rucksack den kopierten Damage von 60% auf 100% erhöhen. Kleiner Fun Fact nebenbei, wenn man den Rucksack mit 100% Copy Damage verwendet gleichzeitig mit Glass Cannon, so wird der Copy Damage absurderweise auf 130% erhöht. Das ist zwar bescheuert, aber Gegner die Copy Damage erleiden, werden schneller sterben als euer Main Target. Und wo ich die Thematik mit den Stacks vorhin noch durchgegangen bin? Das Set ist theoretisch kompatibel mit jeder Waffe, auf die ihr Lust habt. Ihr könnt es also, wenn ihr Lust habt, sogar mit langsamen Waffen wie Rifles spielen. Lediglich von LMGs würde ich abraten, denn auch hier gilt für die Survivability, wie beim Striker Loadout Video gezeigt, der Schild ist King. Insbesondere mit Memento, wo die Schildleben auf 6,1 Millionen klettern. Meine Hoffnung für das dieswöchige Loadout of the Week ist, dass es euch ins Gameplay ein bisschen Abwechslung bringen kann. Und natürlich, falls ihr Probleme mit dem Stacking habt, eine Loadout-Alternative bildet. Demnach also weiterhin viel Spaß in Division. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!